Grüezi miteinander! Es ist Sonntag und hier ist Denis von JOKE TV. Unser nächster Gast ist Glentenmetzger. Er spielt seit 2005 in Schweizer Örgeli und Akkordeon. Er spielt seit 1975 mit Carlo Brunner in seiner Länderkapelle. Er ist der Gewinner von Privalo 2017. Liebe Fahrgäste, hier ist Martin Nauer mit seinem Witz Fahrlehrer. Hallo, ich bin der Nauer Martin. Ich habe heute den Privalo gewonnen, den Volksmusik-Sparten. Ich muss Ihnen noch Witz erzählen, auf Wunsch. Er ist ein 90-Jähriger zum Fahrlehrer gegangen und sagt, er möchte gerne eine Busprüfung machen. Dann sagt der Fahrlehrer, das ist unmöglich. Mit 90 können Sie die Busprüfung nicht mehr machen. Dann sagt er, er ist seit gestern in die Polizeikontrolle gekommen. Dann sagt der Polizist, er würde auch schon in den Bus fahren. Gut! Gott.